Goal! 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 Ihr habt ja auch kein Rückmussgefühl, da leck mich am Arsch. Und dann würde ich unbedingt bedanken bei FC Kirche Scheuken. Und dann würde ich den ganzen jahren Stellvertrieb für deine ganze Mannschaft aus der A-Jugend, aus der B-Jugend, von der ersten Mannschaft, von der zweiten Mannschaft, von der alten Herren und von allen passiven Mitgliedern des FC Schweizer Kirchen, dass ihr so toll hergerichtet habt, so toll zusammengeholfen habt, dass diese Hallenmasters um den Schall am Brunnergap stattfinden hat können, zum zweiten Mal. Es ist noch besser, oder? Das zweite Mal, wie viel ist der Januar da, was die auf die Füße gestellt haben. Aber ganz besonders finde ich das, was der George macht. Ich glaube, alle von da drin sind, dass wir gesund sind, als ich lange herkomme, dass er mich auf die Sonnenzeit in das Leben gestellt hat. Und da ich so gesund bin. Und weil der George sich super aufhielt, wo ich 1.000 Euro spende. Bravo! Ihr Fußball wird in der alten Zeit genommen. Es geht um Sport und Spaß. Heutzutage gibt es jetzt Fußball-Geschäft. Aber ihr habt uns gezeigt, dass es kein Top-Gang wie in der alten Zeit. Jelda macht mit, die ganze Mannschaft. Ich glaube, ihr habt einen Applaus für den. Dankeschön. Wir kommen immer noch. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin von ihm von ihm. Ich bin von ihm. In! Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Ja! Arie! Geil, 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 Geil. Geil, Geil.